Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Thema Agroforst. Und Agroforst ist ein so sperriger Begriff für viele, dass wir gesagt haben, das müssen wir ein bisschen greifbar machen für Sie alle, die Sie dieser Pressekonferenz beiwohnen. Deshalb der Titel auf unseres Pressepapiers Bäume auf Felder, Wiesen und Weiden. Denn darum geht es letztendlich, Bäume in die Landwirtschaft mit einzubauen. Für uns in der Pressekonferenz Hans Urban, unser forstpolitischer Sprecher, der maßgeblich unser Antragspaket mit sieben Anträgen zum Thema Agroforst mitentwickelt hat. Natürlich unsere agrarpolitische Sprecherin Gisela Sengel. Und wie Sie sehen, alle jeweils von zu Hause zugeschaltet. Gisela Sengel, die auch sehr dahinterher ist, Agroforst vor allem als Thema, das sowohl Ökolandbau als auch konventionellen Landbau betrifft, voranzutreiben. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Rico Hübner von der Technischen Universität München bei uns dabei ist. Er spricht heute als Vorstandsmitglied auch der Europäischen Agroforstföderation und gleichermaßen im Namen des Deutschen Fachverbands für Agroforstwirtschaft. Und Sie alle sehen jetzt auch schon möglicherweise seinen Vortrag im Hintergrund, den er uns halten wird, dazu eine kleine PowerPoint. Dieser Hinweis, ein technischer Hinweis vorab, Sie können die Unterlagen zu dieser Pressekonferenz, also sowohl unser Antragspaket als auch unser Presspapier und den Vortrag von Herrn Dr. Hübner rechts in Ihrem Menüfenster herunterladen, also öffnen und herunterladen lokal. Das sind PDF-Dokumente beziehungsweise ein PowerPoint. Und Sie können, wenn Sie anschließend Fragen haben, im Anschluss an die Vorträge, natürlich diese Fragen stellen. Entweder durch Handzeichen, dann schalte ich Ihr Mikrofon frei und Sie können die Frage stellen. Oder einfach eine Frage in den Chat schreiben, dann lese ich diese vor und unsere politischen Experten und Expertinnen oder Herr Dr. Hübner werden diese dann beantworten. So, lange Vorrede. Wir starten in die Pressekonferenz und es führt ein unser forstpolitischer Sprecher Hans Urban. Ja, danke. Grüße Sie und Grüße euch. Bäume auf Äckern und Wiesen. Agroforstsysteme ist eine Lösung für die Zukunft, denn die Zukunft braucht Lösungen, wenn wir dauerhaft Landwirtschaft mit entsprechenden Erträgen betreiben wollen. Wir alle kennen die Bilder aus den vergangenen Jahren, Trockenperioden, lange Dürrephasen und wenig Niederschläge. Wir haben in den vergangenen Wochen auch miterlebt oder gesehen die Bilder von Traktoren mit großen Staubwolken in Niederbayern bei der Ansaat der Kulturen. Also wir haben zu kämpfen mit den Rahmenbedingungen, mit den Klimabedingungen in der Landwirtschaft in Bayern. Wir wollen eben, dass sich Anpassungsstrategien ausbreiten in der Landwirtschaft, in der landwirtschaftlichen Praxis. Agroforstsysteme ist eine Anpassungsstrategie. Hier lassen sich viele Vorteile für die landwirtschaftlichen Kulturen, für die Erträge umsetzen und steigern sogar. Wir wollen das thematisieren. Wir wollen hier mit unserem Antragspaket Lösungen anbieten und auch vielleicht die Staatsregierung auch auffordern, mit uns zu gehen und eben für die breite Landwirtschaft das zu installieren. Kurze Definition von Agroforstwirtschaft, das sind, ich sage es ganz kurz, da wird der Dr. Hübner das noch ausführlicher behandeln. Gehölzkulturen, Gehölzstreifen auf Acker und Brünnland, auch in Kombination mit Tierhaltung. Wir gehen davon aus, aus wissenschaftlicher Sicht, 1000 Hektar Agroforstsysteme haben positive Auswirkungen auf weitere 7000 bis 10.000 Hektar landwirtschaftliche Kulturfläche. Das zum einen als Windbremse und somit Erosionsbremse, als Beschattung, damit Feuchtigkeit im Boden bleibt für die landwirtschaftliche Hauptkultur. Es sorgt für eben dieses gesunde Mikroklima am Boden. Wir steigern mit solchen Gehölzstreifen eben auch die Kohlenstoffspeicherung. Und ganz nebenbei ist es natürlich ein wesentlicher Beitrag, um die Artenvielfalt zu steigern in der Fläche. Ja, letztlich auch ein Teil der Biotopvernetzung kann Agroforst gewährleisten. Die Biotopvernetzung wollen wir ja bekanntlich in Folge des Volksbegehrens auf 13 beziehungsweise 15 Prozent der Offenlangfläche steigern. Das wird natürlich eine Herausforderung. Und eben Agroforstsysteme können hier auch den Beitrag leisten dazu. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Forschungsarbeiten zeigen auch, dass man weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel braucht. Auch in Kombination landwirtschaftliche Hauptkultur mit Agroforstsystemen. Und eben auch, wenn man die alten Landkreise anschaut, wo viel Tierhaltung stattfindet, viel Weidehaltung stattfindet, dann ist es eben Beschattung, Erosionsschutz, Nährstoffverteilung, kann eben auch dazu beitragen. Bei uns ist das das richtige Mittel als Klimaanpassung oder zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft. Es werden mit Sicherheit dann vielfältige Fruchtfolgen wichtiger werden. Die Bodenbearbeitung sinkt und somit auch die Bodenbewegung, die wir da drin haben. Also sehr, sehr viele Vorteile, die wissenschaftlich anerkannt sind, die eigentlich allgemein auch europaweit bekannt sind. Nur Deutschland und Bayern bewegt sich nicht. Wir haben jetzt mit Brandenburg das erste Bundesland, das hier eingestiegen ist in den Gestaltungsprozess, in die Umgestaltung der Förderung. Und wir wollen das eben ändern. Selbst die Bundesregierung hat das ja im Eckpunktepapier zum Klimaschutzprogramm 2030 dargelegt, mit einem ganz einfachen Satz in diesem Eckpunktepapier. Vorstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen, verbessern die Bodenqualität und reduzieren die CO2- und Schaststoffbelastung. Und deshalb unterstützt sie es eigentlich. Aber man hört nichts und man spürt nichts davon, dass irgendwas passieren würde in dieser Förderkulisse und in der Umsetzung. Die Forschungsanstalten, Herr Dr. Högner, in Bayern, die sind ja davon überzeugt, dass eben hier wichtige Dienstleistungen an der Landwirtschaft erfüllt werden könnten. Die LWF und die LFL sind sich da einig und haben immer wieder Forschungsprojekte in der jüngsten Vergangenheit beantragt. Und die wurden konsequent aus dem Ministerium abgelehnt, weil sie sagen, es besteht in der Praxis draußen keine Nachfrage. Und sie berichten uns und viele Praktiker draußen und interessierte Landwirte berichten uns, ja, sie dann schon was versuchen. Allerdings ist dieser Paragraf 16 Bundesnaturschutzgesetz steht dem entgegen, dass einfach sowas dann sofort zum Biotop wird. Und eben die Installierung von AFS in der Förderkulisse oder in diesen Kulturen würde das umgehen. Es ist dann praktisch eine landwirtschaftliche Kultur, die jederzeit wieder entfernt werden könnte, was dann wahrscheinlich keiner tun würde, wenn er die Vorteile ja mal kennt. Aber es würde nicht automatisch unter Biotopschutz fallen und somit wäre auch für den Landwirt die Hemmschwelle sehr, sehr gering, hier einzusteigen mit den genannten Vorteilen, die bestehen. Im Grunde haben wir eigentlich das bekannte HNI-Problem. Wer fängt an und wer zieht durch irgendwo? Und deshalb unsere grüne Forderung, unsere grüne Antwort, das Ministerium hat hier gefälligst die Strukturen zu schaffen, um Agroforstsysteme zu installieren oder für bayerische Landwirte attraktiv zu machen. Deshalb haben wir dieses Antragspaket auf den Weg gebracht. Deshalb packen wir die Grundprobleme da an. Einmal im Agrarrecht, dass die Förderwirksamkeit, die Förderung gewährleistet ist. Und eben auf der anderen Seite, das wird die Gisela Sengling noch einmal noch genauer ausführen, eben in der Informationspolitik, in der Ausbildung, in der beruflichen Bildung. Das wollen wir erreichen. Das sind die wesentlichen Stellschrauben, die hier gedreht werden müssen, um etwas zu erreichen. Wir sind überzeugt davon, unser Agroforst-Antragspaket ist eine Zukunftslösung. Denn Zukunft braucht Lösungen und Agroforst ist eine Lösung. Vielen Dank, Hans Urban, für diesen Herzblutappell für Agroforstwirtschaft. Und Herr Dr. Rico Hübner zeigt jetzt einmal auf, wie im Prinzip die Voraussetzungen sind, auf europäischer und auf Bundesebene für Agroforstkulturen, auf unseren Feldern, Wiesen und Weiden. Und ich kümmere mich derweilen um die Präsentation. Bitte, Herr Dr. Hübner. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch noch mal von mir. Zunächst noch mal zusammengefasst. Herr Urban hatte die Argumente schon gut aufgezeigt. Agroforst ist ein nachhaltiges landwirtschaftliches Land Nutzungsthema, bei dem eine Reihe von ökologischen Vorteilswirkungen geleistet werden und gleichzeitig auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Die Agroforstwirtschaft erhöht einerseits die wirtschaftliche, andererseits auch die ökologische Resilienz der landwirtschaftlichen Betriebe. Sie vermindert die Auswirkungen von den Extremwetterereignissen und schafft aber gleichzeitig Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Die Agroforstwirtschaft leistet damit einen Beitrag zu sehr vielen Zielen einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie auch von den Vereinten Nationen gefordert wird. Und parallel dazu haben wir in Europa natürlich hervorragende Voraussetzungen, weil wir haben ein einzigartiges Erbe an traditionellen Agroforstsystemen. Zum Beispiel die Haaglandschaft in Miesbach oder auch traditionelle Hochstamm- und Treuobende im Vorland. Und da gibt es eine Reihe von Synergien, die durch eine Veränderung der Agroforstwirtschaft auch gestärkt werden können. Der IPCC hat der Agroforstwirtschaft ein immenses Potenzial in vielen Bereichen zugeschrieben, um vor allem auch die Bodenerosion zu vermindern, um Wasserstoff zu speichern. Und sowohl im Bereich der Anpassung als auch in der Vermeidung des Klimawandels ist es eine geeignete Maßnahme und es trägt auch dazu bei, die Nahrungssicherheit zu erhalten. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen hat ebenfalls 17 Kernelemente definiert und auch dort werden mehrere durch die Agroforstwirtschaft bedient. Einmal Klimaschutz, dann Energieerzeugung, die Sicherung der Nahrungsversorgung etc. Jetzt ist es so, dass es von Seiten der Agrarpolitik gibt es ja schon seit 2007 eine Verordnung, die es ermöglicht, die Agroforstwirtschaft in den nationalen Gesetzgebungen zu fördern. Und in der aktuellen Version in Artikel 23 der ELA-Verordnung ist klar geregelt, dass es von Seiten der EU eine Beihilfe gibt, um die Anlegungskosten und eine jährliche Hektarprämie für die Bewirtschaftung während der ersten fünf Jahre sicherzustellen. Und dabei wird auch klar geregelt, dass es sich dabei um Flächen handelt, die einerseits von Bäumen bewachsen sind, andererseits auch gleichzeitig landwirtschaftlich genutzt wird. In Ihrer Aussage zur Klimakonferenz in Spanien, die COP25, hat das Parlament ebenfalls noch mal bestärkt, dass es nicht Aufgabe ist, der Agrarpolitik negative Effekte zu fördern, sondern es sollte die Förderung stärker auch in positive Effekte für Umwelt und Klima hinleiten. Und es soll auch davon weggekommen werden, dass das Vorhandensein von Bäumen in der Landschaft bestraft wird. Gleichzeitig, ja, die ganz aktuelle Farm to Fork-Initiative der Europäischen Kommission vom Hof auf den Tisch, eine Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem, nennt eine Reihe von geeigneten Maßnahmen im Zuge der sogenannten Eco-Schemes, der Öko-Regelung für die erste Säule und stellt dafür die Finanzierung in Aussicht. Dazu gehört unter anderem die Präzisionslandwirtschaft, agrarökologische Systeme inklusive dem Ökolandbau, die klimaeffiziente Landwirtschaft und die Akku-Forstwirtschaft. Und jetzt ist es Aufgabe der Mitgliedstaaten und auch der Kommission, hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen herzustellen. Ebenfalls verabschiedet kürzlich am 20. Mai die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 mehr Raum für die Natur in unserem Leben. Und da gibt es unter dem Punkt 222, dem Absatz zur Wiederherstellung der Natur auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, einen Paragrafen. Da geht es darum, Wildtieren, Pflanzen, Bestäubern und natürlichen Schädlingsbekämpfern wieder Platz zu bieten. Und hierfür wäre es erforderlich, mindestens 10 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche wieder mit Landschaftselementen mit großer Vielfalt zu gestalten. Dazu gehören unter anderem Pufferstreifen entlang von Gewässern, Rotationsbrachen, Hecken, nichtproduktive Bäume etc. Und auf Seite 9 steht dann noch zusätzlich, Maßnahmen zur Unterstützung der Akku-Frostwirtschaft im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raumes sollten stärker in Anspruch genommen werden, da sie ein großes Potenzial für vielfältige Vorteile für die biologische Vielfalt, die Menschen und das Klima wird. Auch die Bundesregierung hat sich bereits zur Akku-Frostwirtschaft geäußert, auch wenn sie es eher Forststreifen auf landwirtschaftlichen Flächen nennen. Aber sie sagen, dass es einen großen Beitrag leistet, um die CO2- und Schadstoffbelastung zu reduzieren und daher die Unterstützung von der Anpflanzung von Heckenknicks, Alleen, Obstbäumen an den Feldrändern gefördert werden soll. Gleichzeitig steht im Klimaschutzprogramm auch der Ausbau des Ökolandbaus und anderer nachhaltiger Verfahren der Landbewirtschaftung und es wird auch weiter nochmal benannt, Anlage von Gehölzstreifen, Feldgehölzen, Heckenknicks und Alleen an Feldrändern sowie Akku-Frostsystemen. Hier sehen Sie eine Karte, eine Europakarte. Die kann man einsehen auf der Homepage der EURAF, der Europäischen Akku-Frost-Föderation. Und hier sind nochmal die verschiedenen Farben dargestellt für die unterschiedlichen Akku-Frostsysteme, wie man sie abgrenzen kann. Zunächst Silvo-Arable-Systeme, das sind die blauen, das sind Gehölze auf Acker. Die roten sind kulturell und naturschutzfachliche bedeutsame Systeme, wie eben zum Beispiel die Parklandschaft. Dann gibt es Wertholzsysteme, Silvopastorale-Systeme, also Beweidungssysteme mit Tierhaltung. Und hier wird nochmal unterschieden auf Dauer Grünland und dann gibt es noch urbane Waldgartensysteme. Und auch das ist explizit das definiertes Ziel in der EU-Politik. Schaut man jetzt in die einzelnen Länder, dann untergliedert in die sogenannten NATS-2-Regionen, dann sind die grünen Flächen die Länder oder die Regionen, in denen die Maßnahmen aus der zweiten ELA-Verordnung, also die Maßnahme 8.2, von den Mitgliedstaaten umgesetzt wurde. Und da kann man eigentlich sehen, dass hier vergleichsweise Spielraum besteht, welche Region hier mitmacht oder welche Region nicht macht. Und Deutschland ist da leider nicht mit dabei. Ach so, zu den Bildern noch dazu. Ganz kurz, da sieht man einmal ein 16 Jahre altes Silvopastorales-System aus Nordirland. Nordirland war eines der Regionen, die ziemlich früh mit dabei waren. Und da wird es halt in Kombination mit der Schafhaltung sehr erfolgreich betrieben. Und das andere Foto zeigt ein Hühnerhaltungsbetrieb in Frankreich. Und da hat man natürlich, also für die Hühner ist das ein super Lebensraum. Sie nutzen die gesamte Fläche. Wenn die Stalltür aufgeht, dann sind die sofort draußen. Und durch die Bäume fühlen sie sich erstens sehr wohl. Und zweitens fallen immer wieder Früchte etc. herunter, die von den Hühnern auch sehr gern angenommen werden. Und wenn man sich jetzt umschaut in den anderen europäischen Ländern, wird man feststellen, dass überall, wo man hinhört, da Aktivitäten angestoßen werden. Tschechische Republik, nur mal hier um eins zu nennen, auch in Holland, die Agrarministerin, hat sich sehr stark bereits für die Akkoforstwirtschaft ausgesprochen. Und Irland versucht auch innerhalb, also unabhängig von der zweiten Säule, da eine eigene akkoforstliche Maßnahme zu etablieren. Jetzt ist es leider so, dass das Thema Akkoforstwirtschaft für uns alle Neuland ist. Aber es gibt natürlich schon weitreichende Erfahrungen. Allerdings muss man hier sehen, dass viele der Forschungsarbeiten, die angefertigt wurden, so seit 2007, 2008, spezifisch für Kurzumtriebsplantagen auf diese ausgerichtet waren. Und unten dieser grüne Bereich ist eigentlich der Bereich, der jetzt nicht nur Energieholzstreifen oder Energieholzflächen beforscht hat, sondern auch weiter definierte Akkoforstsysteme. Allerdings ist leider ab 2015 da ein starker Rückgang in den Forschungsaktivitäten zu verzeichnen. Und deswegen ist es auch ein persönliches Anliegen meinerseits, dass hier vielleicht Forschungsaktivitäten wieder stärker in den Fokus rücken sollten und auch vielleicht von der Staatsregierung gefördert werden könnten. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hübner, für diesen Vortrag. Ich hoffe, ich habe Sie nicht so sehr reingetrieben. Ein, zwei Mal habe ich ein bisschen schneller umgeschaltet, als Sie gesprochen hatten. Aber ich denke, es ist angekommen. Wie gesagt, diese Präsentation können Sie alle auch herunterladen in den Unterlagen, ebenso wie unser Pressepapier und unsere Anträge, zu denen jetzt unsere agrarpolitische Sprecherin und Gisela Sengel im Einzelnen sprechen will. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr über die große Teilnehmerzahl und das große Interesse. Wir haben unsere politische Arbeit natürlich in Anträge gegossen, sozusagen in sieben Anträgen. Und da werden wir von Anfang an von der Förderung über Bildung und alles behandeln. Und ich möchte jetzt einfach nach und nach die Anträge vorstellen. Die werden ja in dieser Woche auch im Agrarausschuss behandelt. Und nachdem, was wir jetzt alles gehört haben, Positives über die Agrar- und Forstsysteme, müsste man eigentlich ausgehen davon, dass alle Parteien dem zustimmen. Jetzt Antrag eins beschäftigt sich natürlich Förderung von Agrar- und Forstsystemen im bayerischen Kultur- und Landschaftsprogramm. Das wäre mal die Grundvoraussetzung dafür. Bayern muss das aktivieren, dass es überhaupt gefördert werden kann. Im Kulab. Das wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt angenommen wird von den Landwirten. Und hier möchte ich auch nochmal betonen, diese Chance für konventionelle und biologische Betriebe muss man einfach ergreifen. Da wird kein Unterschied gemacht. Da wird jeder gleich gefördert. Dann der Antrag zwei, die Finanzierungsspielräume besser nutzen. Da geht es auch darum, dass man die Bundesgelder akquiriert. Und zwar über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, die sogenannte GAK. Wenn man das aktiviert, dann kann man auch Bundesgelder für diese Programme bekommen. Dann der Antrag drei beschäftigt sich mit den Kurzumtriebsplantagen. Das ist ja eine Sonderform von Agrar- und Forstsystemen. Und da gibt es bis jetzt eine Liste von Baumarten, die sehr einschränkend ist. Und dieser Antrag zielt darauf ab, dass man diese Liste aufmacht und wirklich es ermöglicht, dass alle stockausschlagfähigen heimischen Baumarten möglich sind für eine Kurzumtriebsplantage. Man könnte sich hier auch überlegen, ob man da nicht statt einer Positivliste eine Negativliste macht, dass man sagt, okay, was geht gar nicht, aber alles andere geht. Also da muss man auf alle Fälle die Liste aufmachen. Der vierte Antrag schließt an das, an was vor allem der Dr. Hübner gesagt hat, Forschung aktivieren und überhaupt mal anfangen. Also wir brauchen dringend mehr Forschung in Bayern für Agrar- und Forstsysteme. Wir haben es ja ganz am Anfang vom Herrn Urban schon gehört. Bayern hat sehr unterschiedliche Regionen. Sie haben ganz unterschiedliche Probleme. Wir haben in vielen Regionen mit extremen Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Und da muss man, da bietet die Agrar- und Forstsysteme große Chancen. Und das muss einfach beforscht werden. Wenn es beforscht wird, kann man da auch viel mehr wieder voranbringen. Und es muss beforscht und auch etabliert werden im Forschungsbetrieb. Der Antrag 5, Wissenstransferkampagne starten, Beratungsangebot verbessern, Anpassungsstrategien anbieten. Es ist klar, das A und O, alles was beforscht wird, muss auch unter die Leute kommen. Das heißt, die Berater an den Ämtern, in den Schulen und so weiter, die müssen einfach das Agro-Forstsystem genauso im Paket drin haben, im Kopf drin haben. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, Sachen zu verbessern, Wirtschaftlichkeit zu verbessern, die Klimafolgen abzufedern und so weiter. Alles was wir vorher schon gehört haben. Und es muss auch klar sein, dass das gemacht wird. Also es muss irgendwie überprüft werden, dass das selbstverständlich ist, dass die Agrar- und Forstsysteme ein fester Bestandteil sind der Beratung. Dazu gehört dann natürlich im Antrag 6, haben wir genannt, die Bildungsoffensive Agro-Forst. Lernen tue ich nur was, was ich auch in der Schule, also Wissen tue ich nur was, was ich gelernt habe. Und das heißt, es muss einfach Teil des Lehrplanens in der Schule werden. Ob das jetzt an die landwirtschaftlichen Fachschulen ist oder auch in den Studiengängen, Agrar- und Forstsysteme müssen Bestandteil werden in allen grünen Berufsausbildungen und grünen Studiengängen. Also man müsste da eine richtige Bildungsoffensive starten. Und der Antrag Nummer 7 beschäftigt sich explizit jetzt mal mit der Nutztierhaltung. In der Nutztierhaltung haben wir viele Probleme. Ein Problem in der späteren Verarbeitung haben wir jetzt derzeit in der Corona-Krise. Aber es fängt ja schon viel eher an. Wir müssen unsere Nutztierhaltung grundsätzlich verbessern und umstellen. Und auch hier könnten die Agrar- und Forstsysteme einen großen und wichtigen Beitrag leisten. Wir haben es schon gehört, zum Beispiel Hühnerhaltung ganz typisch. Wenn die Tiere ins Freie kommen und sich bewegen können, ist es ein ganz wichtiger Baustein für die Tiergesundheit. Und wenn man das Ganze mit Agrar- und Forstsystemen kombiniert, ist es einfach auch für den Halter gut und für die Tiere gut. Weil gerade bei Hühnern, die suchen immer Schutz. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen bei dem Beispiel, dass man sich das auch vorstellen kann. Hühner sind ängstliche Tiere. Die brauchen einfach den Schutz von Sträuchern und Bäumen. Und wenn man das denen bietet, werden sie sich auf der ganzen Fläche verteilen. Da hat man eine ideale Verteilung vom Dünger. Man hat eine ideale Verteilung vom Scharren und so weiter. Man hat einen Gesundheitseffekt für die Tiere selber. Und es könnte eine super Synergie sein, Synergieeffekte sein für die Tiere und für den Halter und für den Boden. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Das müsste man alles viel mehr fördern. Und wer gerade in der Nutztierhaltung, hätten Agrar- und Forstsysteme einen ganz großen positiven Effekt. Das wäre unser Antragspaket im Ganzen. Ich hoffe, dass es am Mittwoch zu einem Erfolg führen wird. Ich freue mich auch, wenn wir, jetzt sind so viele Zuschauer, wenn ihr uns immer wirklich auch alle positiv begleitet, dass wir da wirklich was voranbringen. Es könnte eine Riesenchance sein für die bayerische Landwirtschaft, weil es neben den ganzen Effekten einfach einmal wieder was Neues ist, was Modernes, also was wirklich Landwirtschaft zukunftsfähig macht. Und das ist ja für uns alle wichtig. Danke. Ja, herzlichen Dank auch an Gisela Sengel. Ich denke, das war jetzt recht viel Input von unserer Seite, wissenschaftlich und politisch. Manchmal werden dadurch im Prinzip alle Fragen obsolet. Manchmal werfen solche Vorträge aber auch erst Fragen auf. Sie haben jetzt die Gelegenheit, wahlweise durch ein Handzeichen sich bemerkbar zu machen und eine Frage zu stellen über Ihr Mikrofon am Computer. Da kann ich Sie dann freischalten oder eine Frage in den Chat direkt hinein einzutragen. Im Moment sehe ich noch weder ein Handzeichen noch eine Frage von einem der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Ich warte einfach einmal ein paar Sekunden, ob es Fragen gibt. Also wie gesagt, wahlweise ein Handzeichen oder eine Frage direkt in den Chat eintragen. Da gibt es nichts. Derweil noch einmal der Hinweis. Die Unterlagen finden Sie hier zum Herunterladen oder Sie finden Sie auf unserer Webseite www.grüne-fraktion-bayern.de. Dort dann auch, wenn wir dürfen, Herr Hübner, der kurze Vortrag des Wissenschaftlers hier im Rahmen der Pressekonferenz. Ich schaue noch einmal in die Runde, ob es Fragen gibt, die gestellt werden oder ein Handzeichen. Das ist nicht der Fall. Dann war es doch erschöpfend in dieser halben Stunde. Vielen Dank an Sie für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Berichterstattung und vielen Dank an unseren Gast, Herr Dr. Hübner und an die beiden MDL, Hans Urban und Gisela Sengel, für die Informationen, die wir hier weitergeben konnten. Wie gesagt, eine schöne Woche wünschen wir Ihnen und freuen uns auf die Berichterstattung. Vielleicht bin ich Ihnen und py сиг 예�erde an den Herz. Ich will Ihnen und persönliche Beanw beter RedSíx. Bis zum nächsten Mal. B